was hast du jetzt noch für quest hier dazu also ich habe immer noch die neue die 20er verlassene posten ja das habe ich jetzt auch aber hier so die blauen quest hast du keine mehr hier die blauen habe ich alle da wo verlassener posten ist oder obwohl das ist bei mir das ist bei insel song schule nicht annehmen das ist annehmen quest annehmen die sind jetzt erst alle gerade aufgetaucht ja mit dem fischen machen wir ja nicht das ist die mit dem fischen das ist das ist das ist der der fasse ein pinnt hier und der andere da oben was auch immer ungewöhnliches was auch immer ja das ist das ding mit dem markt scheiße kannst du dir eine neue waffe kaufen das glaube ich hier jetzt um die ecke oder das hast du hier nicht bei der tante noch was die habe ich schon mal angenommen ich will kämpfen alter ich habe nur noch den fischer und wiederholungsquests aber da werde ich sagen dann gehen wir das und nach unten zur insel schub schon schuhe 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 folgen mich kennen weg ja 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 Pampa heizen könnt, das wäre schon geil. Okay, krass. Das hier wieder ist nur ein Länderportal. Das hat jetzt nichts mit einer Instanz oder so zu tun. Dann haben es meistens so drei Kringel vorne drauf. Das sind halt so die Länder ein bisschen eingeteilt. Wahrscheinlich wegen den ganzen Quests, wegen der Grafik. Wegen dem Laden und alles. Genau, das ist nicht zu viel auf einmal läuft. Das ist wie bei Minecraft mit den Chunks, damit halt einfach die Leistung nicht gedrosselt wird dadurch. Oder abfällt. Sagen wir jetzt mal. Jetzt muss er doch nochmal ein bisschen nachladen. Die Möse kommt gerade entgegen. Die Multimöse. Bei mir ist jetzt da gerade irgendwie noch der Ladebalken rennt. Und rennt. Oh, endlich wieder kämpfen. Wart auf mir. Alter, wie eilig das ist, der Typ hat. Das ist, das ist nicht normal. Ja, natürlich. Ja, ich zack da im Nachmittag auch mal irgendwie noch ein bisschen allein weiter. Ja, ja. Weißt du, jetzt macht er sich wieder ins Höchstchen, ey. Nö, ich sag dann auch, wenn ich so Level 30 bin und du dann noch auf dein 19 oder so. Ja, ist ja normal. Hopp, 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 hopp. Ja, genau. Das ist ja nicht so trage. Jetzt erst mal die Quests annehmen. Ähm. Die sind wo da hinten? Hier drin ist was. Was ist gut drin? Alter, hör auf. Hier vorne. Bei dem Nacken, ja, der hat es halt dem Nacken, wie auch immer. Ja, das muss zu sein. Bei dem hier. Standpunkt, äh, fest, äh, klarzustellen. Und dann hast du hier noch zwei. Und die hast du natürlich auch schon gemacht, ne? Nein, da bin ich gerade dran. Deswegen habe ich fünf von zwölf und eins von vier. Okay. Ach, Schnauze. Gut, ja, dann, 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 dann. Wäre das wahrscheinlich so, einer? Ja. Da kommt auch so ein Baum, pass auf. Den nehmen wir gleich mal auf den Arm. Nö, bei dem funktioniert das irgendwie nicht so. Lol. Hä? Habe ich das mit dem Stein und da haben wir das nicht schon mal gemacht? Oh, so ein Felsen. Hä? Das habe ich doch schon mal gemacht. Oder ist das eine Wiederholungsgeschehen? So ein Stein eindöden, so, äh... Uah, Alter, der Feuerschwung zieht ja übelst krass Leben, ey. Oh mein Gott. Alter, gleich nochmal ausprobieren die Scheiße. Ah, warum machst du nicht die Feuerachse? Meine Fresse. Ja, hast du jetzt links lebendem Lebensbalken nicht so eine... Jetzt! Guck mal. Hast du gesehen, wie das Leben runterging? Ja, gar nicht mal so schnell. Oh, krass, ey. Ach so, er ist tot. Ja, genau. Oh, Mann. Bum, bumm. Weg von der Bombe, weg von der Bombe. Ja. Also, er ist so vergiftet. Ja, kenne ich. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Bum, bumm. Schmeiß weg! Oh, das war knapp. Oh. Ich hatte auch schon so ein Ding in der Hand und dann ist es in der Hand explodiert. Ja. Oh, nicht das! Nein, nein, nein! Schmeiß weg! Oh mein Gott, ey! Oh, das ist, wenn man so viel nacheinander einfach F drückt! Ja! Nein! Nein! Ich hasse die blöden Kugeln, das ist so scheiße! Ey, nein! Ja! 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 Okay! Okay! Wie hat er das hingekriegt? Ach, hier aber! Hier kann ich schon was abgeben! So, was hast du denn Schönes? Oh! Glückselix hier erhalten! Mhm! Okay! So! Haben wir wieder die ganze Gegend ausgerottet! Und ich muss da noch irgendwie... Ich muss da noch irgendwie... Leute, da hinten ist bei mir auch noch so'n... so'n... goldener! Ja! Na hab ich noch nicht angenommen! Oh! Alter, du verliest grad übelst an Leben! Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ja, das ist, weil ich jetzt grad noch zusätzlich das gefunden hab! Weg! Geh weg! Weg! Geh weg! Oh, das war knapp, Alter! Ja! Ist nicht das, 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 das? Oder mit wem soll ich sprechen hier? Oder ist da unten einer? Nein! Nach unten kann man nicht! Oh! Hast du den gefunden? Was denn? Ja, wo der Typ hier ist! Keine Ahnung! Eine Insel ist nicht oben! Oh! 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 Dann kommst du auch nicht hin! Komische Scheiße! Vielleicht ist das hier irgendwas mit dem Baum hier! Irgendwas, äh, wäre wahrscheinlich da aber... Aber was nur? Schauen zu, was ich da nicht vor Animieren gemetern hätte! Oh! Das war die Feuerjacks. Bist du so geil? Oh, ja. Oh, ja. Boah, wir hauen so richtig auf die Fresse, ey. Übelst, Alter. Äh. Ach, hier drinne halt noch was. Günter. Ja, super, ja, genau, genau. Ähm, ich brauch Hilfe. Oh, jetzt hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich drei am Arsch. Wo bist du denn noch? Guck auf die Karte, Alter. Ihr müsst die Voraussetzung dafür, wenn diesen Gegenstand genutzt wird. Boah. Alter Vater, ey. Das ist geil, die verlieren auch keine Zeit, ne, wenn sie gerade gespawnt sind und dann greifen sie dich auch gleich an. Wahrscheinlich noch irgendwie halb unsicht war, aber schon wird auf dich geschossen. Ja. Ja, da oben ist er nicht, oder? Nein. Ganz komisch. Wo zum Teufel versteckt sich der? Oh, ich hab Bällchen bekommen. Und ne neue Quest. So ne Sauerei. So ne Sauerei. Ist doch irgendwo was faul, ne? Ja. Ja. Guck, die fliegen auch alle da hinten. Vielleicht droppt der irgendwas, irgendwie ne Karte, wo du dann anklickst und Talisman anbringen. Lol. Und wo konntest du das jetzt? Hier an dem Ding? Na, bei mir war da eben nix. Hä? Hä, aber die Pfeile sind immer noch da, ne? Hm. Warte mal, Map. Oh oh. Ach, was willst du jetzt? Hässige Stück Scheiße. Das ist eine Assi-Braut. Das ist gerade das Bällchen auf dich geworfen. Hast du das gesehen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ne doofe. Wo ist sie hin? Hier. Hässige, doofe Bitch, ey. Guck mal ran. Guck mal, ich seh. Na ja. Komm, wir machen dasselbe nochmal mit dem da. Nö, sie macht's. Alter. Jetzt gucken, das kannst du sicher auch gleich. Voll daneben. Wenn sie früher geworfen hätte, dann hätte ich's zurückgeworfen. Und jetzt? Kann ich's mal wieder wegnehmen. Ach, schon wieder angebracht. Jawoll! Das war ne Aufgabe. Also bei mir ist immer noch... Ach, das war so bezaubernd. Deswegen hast du das noch nicht. Weil du erstmal was abgeben musst dafür. Was abgeben? Irgendeine Quest. Keine Ahnung, da vorne hast du auch so ein blauer Kreis noch. Sprecht mit Shagun, hab ich. Shagun, ja? Dass der nicht hier ist? Ach, Schnauze. Boah, das Game macht so fun, ey. Hab gerade so Bock auf das Spiel. Aber leider ist einfach der Typ irgendwie nicht vorhanden. Vielleicht macht er auch grad Mittag. Ja, ich mach. Mittag essen. Und das auch noch abgeben. So, die Kreise gehen irgendwie auch nicht weg. Das werden immer mehr. Ja, ich habe. Duierungs. Ja, ich hab auch mal gesehen. Drag사�our. ich hab drei halsketten durch streng nach kritisch 36 das ist geil auf jeden fall besser als diese scheiße hier immer mal weg die kette ja gerne auf jeden fall so einen blauen kreis keine ahnung was da los ist dass ich da die brunnen aktivieren oder so oder vom einen brunnen das ding zum anderen bringen auch nicht so was ist denn hier jetzt noch was immer noch immer noch die scheiß gallenblase hier ist ekelhaft der quest keine mehr von diesen kleinen krümel monster ja aber ich würde sagen wir machen machen wir schluss so langsam ja ich gehe noch kurz zum quest ort hoch die noch ein bisschen stein ab kommt danach nö aufgeben super sache ja gut ich hoffe wir haben zusätzlichen kleinen einblick erhalten in das spiel mal gucken ob es euch gefällt trotzdem schon mal danke fürs zusehen haut rein und bis zum nächsten mal tschüss tschüss und bis zum nächsten mal WOO-HOO